ähm blllllll ist nur an das blinkt nicht es leuchtet rot und es blinkt hey du Obertautologe also ich jetzt hinten Andi du leistet eure Matze bitte dran und denk dran Matze fährt immer Schuss runter und denk dran und denk dran und denk dran Vielen Dank. Hey, bleib stehen Jungs. Warte mal, das geht nicht so, das geht nicht so. Warte, du musst nach hinten runter, genau. Zum Glück war ich dicht da dran. Warte, du musst nach hinten runter. Ui. Oh ne, komm. Ich fahr auch durch. Das war schön und ich war genau zur Stelle. Ich war ja direkt dahinter. Naja. Schöner Gegenwegfläche. Ehrlich. Irgendwie musst du schön drückfestigen. Das sah schon so ein Begattungsversuch aus. Hast du den richtig bestäubt, was du? Bleib denn hier? Wolltest du das Fleisch pflanzen oder befruchten, oder? Du wolltest gerade Andi begatten. Andi hat dich ja umgenagelt, kurz deine Spür. Ja, eine coole, ja. Da bin ich da vorhin stehen geblieben und musste abschnallen oder halb abschnallen. Du kannst wieder, dass man da oben ja alles gesehen hat. Das furchtig ist ein bisschen besser fand ich als am Morgen. Dadurch mehr Bammel. Weil es weniger gerutscht hatte ich so das Gefühl. Ja. 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 Ja, ich kreise. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.